Okay, we're going to pay a visit to the tasteful club and, uh, uh, liberate their cash reserve. Nothing special. Find the manager's office, contain the crowd. Make sure we leave in one piece. Oh, and there are probably rival rush-off's there. Ach, nacht, oder? Hab grad grad, äh, mich gefragt, welche Bissung wir grad machen. Wir haben ein paar Sachen gekauft. Mhm. Ich hab zwei Sachen geholt. Meddi und, äh, Muddi. Mein Gott, ich trink was schnell. Ja, das ist eh nach Zertarien. Ich ruf die Bullen. Tolle Teamkollegen seid ihr. Kein Problem. Ja, okay, da oben ist schon mal einer, der chillt. Was ihr wisst? Ja, anzünden. Ich glaub, Erik könnte, glaub ich, vorne einsteigen. Also hier ist der Richter, hier ist der Richter, ne? Ihr könnt vorne rein. Ich könnte einfach vorne rein, ne? Ganz vorne rein, ich muss hinten. Äh, what? Warum? Hä? Ja, warte mal, Jungs, Neustart. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, was der hat so. Der, das war der Türsteher und ich komm nicht an dem vorbei. Hm. Ist ein Türsteher. Du hast den Pfeil auf, weiß nicht, jetzt rein. War so minderjährig. Nimm ich da, wenn wir hier auch mal einen Anzug mal mit. Ja, mal mit so einem richtigen Anzug, weißt du, voll wart. Als aller Sport, die die Kauft haben, weg. Nicht schlimm. Warte mal, alles weg jetzt wegen mir? Oh nein, das tun wir, Leute. Leid, ich kauf das. Ich kauf das, okay, ich kauf das. 21.000. Ich kauf das, okay. Ich hab 34.000 ausgeregt. Ich hab alles, ich hab alles geholt jetzt, was ihr aufhattet. Ihr habt alles geholt. Ja, die Angst vor Sachen hab ich jetzt nochmal geholt. Ist das nicht geklappt? Seh ich nicht normal aus? Eigentlich schon, du hast eigentlich einen Anzug an. Eigentlich schon, ne? Ich hab einfach komplett Armee, Ausrüstung, alles. Ja, anscheinend wollte er dich nicht reinlassen. Warte mal, was passiert denn mit dir? Warte, er macht, äh, Platz. Ah, okay, man musste nur ein bisschen so da Dingens. Danke. Hau rein, Herr Wachmeister. Hi, man, äh, nehmen Sie mal eine Tasche mit. Hier, nehmen Sie mal eine Knache. Das sind halt, äh, Roski sind das. Red mal mit denen, Erik. Verhandeln mit denen. Handeln? Verhandeln. Sorry, Alter, aber du bist mir entgegengelaufen, hier. Abschloch. Sehr nett, sehr nett. Die Mucke ist schon ziemlich kacke, muss ich sagen. Alles scheiße hier. Das war ich. Nur weil ich hinten am Fenster einmal so ganz, halt weg bin und einfach nur mich kurz zum Fenster sehen lasse. Noch so ein geilen Stückchen. Sofort. Auch wenn keiner da hinguckt. Ich hätte es gesehen. Soll ich einfach reingehen und alle sagen runter? Nee, wir sind halt mit dabei. Oh, Jens, 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 hier kommt einer. Oh, Herr Bursche. Was folgst du uns doch so doof, Alter? Alter, verpisten Sie sich vor mir. Aber lassen Sie mich mal. Oh, da kommt der raus. Der folgt ja, Jens, der mag dich. Alter, ich bin bei der... Ich könnte schon jetzt hier... Ja, du bist... Wir sind hier nicht alleine. Wir sind hier nicht alleine. Ey, ich kann nichts machen hier. Oh, okay. Oh, komm. Das war unfair. Der Typ kam immer näher zu mir. Ich würde sagen, fuck auf Sneaky-Methode. Jetzt wird geballert. Und damit euch. Ganz hinten hat jemand... Warte, ich mache hier C4. Ganz hinten hat jemand die Polizei gerufen. Reiner. Unter. Die Bursche. Okay, ich finde das safe. It's probably for cash. Liegt hier noch Cache irgendwo? I have no idea. Gott kann den Bohrer aufrüsten. Dann geht es schneller. Ich suche so schwarze Koffer. Muss mal gucken. Ich habe keine. Als mein Laptop den kaputt machen, weil wir so Arschläge sind. Oh, Taser ist ganz. Oh, ich hasse den Typen mit Taser. Oh ja, ich sehe den Taser-Typ, Alter, ey. Eiltraum. Das Rute, wir haben hier hinten einen Geisel. Na, was ist eure Mission hier hin, Junge? Ich dachte, du hast C4 mit Jens. Ich habe hier, um die Tür zu öffnen, C4. Für den Tresor hätte das nicht gereicht. Das war aber nicht unsere Schuld. Wir waren halt draußen bei der Bar und so ein Mitarbeiter kam halt die ganze Zeit und dann war der halt zu nah an Jens dann. Und Jens konnte nicht ausweichen. Ja, und da hat meiner von selbst die Maske aufgezogen. Oh, fuck me, Alter. Scheiß Schild. Warte. Was ist da auch nirg? Oh mein Gott. Ich will detailer mich nicht. Danke. Oha, wer hat mich angerufen? Du kannst da hinten Benzin anzünden. Ja, ich habe die ja gerade geholt. Dann packen wir uns hier hinten nicht mehr drinnen. Alter, endlich der Typ down, Alter. Holy shit. Deswegen ist, ich habe es nicht gesehen, aber ich hätte das Ding hier vorne, wo wir die Keycard auch gebraucht hätten, das hätte ich mit meinem EM-EM-Heading machen können. Alter, ich hätte mir da einen Hitler gegeben. Und shit, ich habe mal gleich zurück. Ich muss sagen, die Mucke ist geil vom FD. Ja, ne? Was macht das? Oh, der Typ an der Schoflitte. Oh, 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 oh. Pass down. Oh mein Gott. Da oben. Da ist schon, die haben ausgemacht, die Polizisten da. Ich kann das upgraden, dann brauchen wir das nicht mehr dazu. Ja, dann mach das mal, Jens. Warte. Ich muss schon gerade mal schauen. Natürlich der Fisch, den wir hier haben. Wir brauchen dieses Koks noch in den Frisur. Oh, warte, ich nehme das. Ja, genau. So, aber das war nicht der richtige Frisur. Wir müssen sehen, ob wir mit dem Geld sind. Wo Jan ist. Wo Jan ist. Ja, und Vorsicht, der Koks. Gibt's klang. Komm schon. Und du musst runter, Erik. Dann hier. Und da ein Ding. Warte, die sind falsch. Die sind früher abgebogen. Ah, okay. Das ist ein paar Arschungen. Das macht den Bohrer an. Die Leute kommen reingeheatet. Und der Bohrer geht in, zieht aus. Das ist ein paar Arschungen. Ich röste jetzt den Bohrer auf. Ihr Schweine, das ist jetzt meine Granate. Meine Selbstgranate. So, jetzt nur noch 175. Oh, nice. Jens, Alter. Ja, Mann. Fenster. Lass meine Bücher heile. Die will ich noch lesen. Ich muss ja Geld. Ich hab Minen aufgestellt. Der Bohrer ist aus. Ist der Bohrer aus? Sag mal hier unten Minen. Ich würde den Hacker, der immer den Bohrer ausmacht. Ich jete da rüber. Okay, man kann da nicht rüber jeten. Wunderbar. Alter Bett, der. Hinter uns, Erik. Ja. Moontaser. Ah, der ist hier runtergefallen. Das ist doch ne Clubmusik hier. Ja. Der ist jetzt durch die scheiß Fenster gekommen. Ich dachte, die Minen würde explodieren. Ja, die kommen hier in der Mitte. Jetzt durch die Scheiben. Oh, Sniper draußen. Ich glaube, Sniper ist down. Oh, ich wurde getasert. Was macht das? Oh. In fast ne Minute ist das fertig. Tasertyp. Von hier oben. Ah, von da oben, Alter. Alter, hab ich gerade erschrocken. Ja, irgendwo müsste das eigentlich noch liegen, ne? Ich finde es einfach nicht. Ich kann ja gleich kein Geld aus dem Tresor nehmen. Und Jens auch nicht, ne? Weil wir haben die Schwestkops noch. Ja, ich ne. Ich hab mal. Obwohl, Jens. Wirf mal hier raus. Du kannst die rauswerfen. Auf dem Wagen direkt. Guck mal hier. Aus dem Fenster direkt. Kannst du auf dem Wagen werfen. Achta. Nice. Dann können wir das jetzt doch jetzt gleich nehmen. Das muss jetzt jeden Moment sein. Okay, habt Geld. Achta, ist noch mehr Geld. Okay. Und ihr sind durch das Fenster eingeliegt, Jens. Und dein Ding bringt gar nichts. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich war nicht. Er ist weggefahren. Ja. Ich reingebrochen habe. Kommt, naja. Also er ist losgefahren, bevor ich gebrochen habe. Granate. Oh. Oh Gott. Ich bin aber wieder reingegangen. Oh mein Gott kommen da viele. Nimm mich mit, ihr Schweine. Ich ruf die Cops an, ich weiß wo ihr wohnt. Jens wehe, du verrätst uns. Ich hab Leute. Ich hätt die Beine auf euch. Ich hab noch 4 Brandgranaten, damit brenne ich dich. Ey ey ey, was soll das? Wenn du dem Wagen zu nah kommst. Ich bin doch schon eingestiegen. Ach so, das war über mehrere Tage so. Ne. Ja, wir haben die Autobahn verkackt. Mann. Mal Tastos und mal schafft man es nicht. Erstmal bessere Klamotten anziehen. Alter, ey. Jetzt werden wir alle sterben. Toll, Jens. Mann, warum bin ich immer schuld? Ihr seid schuld. Nein, 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 nein. Das war nicht meiner. Get on the ground. Stimmt der Geisel? Stimmt der Geisel? Guck mal, hier gibt's das Money. Cops? Die Cops sind das Money. Jeder einen büte Cops und der einen büte Money. Ich kann keine Tatsche mehr. Ja, warte. Du musst das dem NPC von uns ins Gesicht schmeißen. Und du sagst ja alles klar. Hier, fang! Das ist kein Aiden von Teal. Bleib am Leber, bis neue Fahrzeug rankommen. Alles klar. Kann ich hier rein? Kann ich nicht. Ja, so spielen wir. Ich wollte ja nicht. Oh, hier liegt ein Paket. Drei Pakete liegen hier. Drei Pakete liegen hier. Wer dieses Milligun schießt auf den Shield-Typen. ي Lass es so geht, was er im GPC benutzt. Es ist so jung, was er weitergeht. Es ist so jung. Ich weiß es ist so jung. Es frage ich sie. Das ist so jung. Schild, Mann. Alter, da sind die Frappide. Taser! Scheiße, sind die dumm. Wir bringen die hier um und die wollen uns tasern. Scheiße, hat nicht Munition, ich kann nicht meine MG nicht mal aufstellen. Hinter uns irgendwo? Kann jemand Munition aufstellen? Oder jemand anderes? Ich hab leider keinen. Ich hab nur einen Arzt drauf. Hinter uns sind zwei mit Schildern. Von den Dächern kommen die Cops. What the fuck? Wohl angeflasht. Boah, ey, das richtig realistisch, Alter, ey. Und die Flash und erstmal husten, so muss es sein. Ja, Mann. Oh, Alter, ich hab noch zwei Schuss. Aber raus hier, Alter. Ach, warte mal, erstmal rein. Ja, haben wir alles. Alter. Ich hab keine Munition mehr gehabt. Das war unfair. Errungenschaft freigeschaltet. Beutefieber. Oh, fast eine Million bekommen, Alter, für Bargeld. Aber der geht grad richtig schnell, Alter, ist nice. Nein, rechts war die Maske. Was hab ich bekommen? Schaddi? Ah. Geh. Geh. Geh.